Hermine lief von Weitem auf das Mamos zu, das weit und breit das Einzige war, umgeben von einem riesigen Feld, das von der untergehenden Sonne in Gold getaucht war. Die Silhouette der Weizen wehten leicht hin und her. Er stand bereits vor dem Restaurant, mit dem Rücken gelehnt an seinen Luxuswagen. Erst jetzt fiel Hermine seine Kleidung so richtig auf. Er trug ein weißes Hemd, das an den Ärmeln ganz leicht hochgekrempelt war und doch nicht zu viel, sodass es sein Mahl frei gab. Die Krawatte trug er nicht mehr. Dazu trug er aber eine elegante, dunkle Hose, die mit einem Ledergürtel versehen war. Seine Schuhe waren natürlich aus teurem Drachenleder. Die untergehende Sonne strahlte so warm und hell, dass sie blinzelnd ihre Augen auf sein langes Haar richtete, das ihm in die Stirn fiel und er sich wieder nach hinten streifte. Dabei blinzelte er mit seinen unnatürlich hellen Augen. Hermine konnte es manchmal nicht glauben, dass ausgerechnet dieser Mann ihr gehören sollte und lief langsam auf ihn zu. Ihre Haare waren zu einem Seitenscheitel im Zopf geflochten. Sie trug den karierten, beigen, darbenten Blazer und den dazugehörigen Rock von der Arbeit. An sich ja eigentlich ganz nett, aber neben Draco absolut underdressed. Sie fühlte sich wie ein Mauerblümchen. Dass er so herausgeputzt war, damit hatte sie nicht gerechnet. Doch eigentlich hätte sie sich denken können, wenn er gerade aus dem Büro kam. Er lief dort anscheinend ständig so rum, als würde er gerade einen Shooting für die Titelseite der Hexenwoche gehabt haben. Sie hörte einen kleinen Teil seines Gesprächs. Seine Stimme klang streng und aristokratisch. Ich lege die Verantwortung in ihre Hände. Ich will, dass in meiner Abwesenheit alles perfekt wird. Hermine stand nun einige Meter von ihm entfernt. Und als er sie endlich bemerkte, wirkte er schlagartig wie verändert. Sein strenges und markantes Gesicht war plötzlich warm. Er lächelte sie charmant an und musterte sie von oben bis unten, als würde er nicht glauben können, dass Hermine vor ihm stand. Sofort spürte sie wieder dieses Kribbeln im Bauch. Dann ergriff er ihre Hand und zog sie sanft zu sich, um sie während seines Telefonats mit dem freien Arm an sich zu drücken und für einen Moment vergaß Hermine zu atmen. Nach einigen Sekunden ließen sie sich los. Doch seine Hand lag noch immer auf ihrem Rücken. Hermine hoffte insgeheim, dass er sie vielleicht nach Beenden des Telefonats küssen würde und blickte deshalb zu ihm hinauf. Vielen Dank, Johnson. Ich vertraue darauf, dass alles reibungslos abläuft. Dann beendete er mit kurzen Worten das Gespräch und widmete sich Hermine. Was ist denn los seit heute Morgen? fragte sie ihn und er steckte sein Telefonat genervt ein. Unfähige Mitarbeiter. Dann widmete er sich wieder ihr und auf seinem makellosen Gesicht erschien ein verschmitztes Grinsen, während er erneut seinen Blick wandern ließ. Merlin, warum starfst du mich so an? fragte sie grinsend mit zusammengezogenen Brauen. Er fuhr sich durch seinen Bart mit einem prüfenden Blick und tat, als würde er überlegen. Ich darf mit ihnen nicht flirten, auch wenn sie mich in Versuchung bringen. Hermine fing kopfschüttelnd an zu lachen. Was redest du da, Draco? Meine Freundin Hermine Granger hätte mit Sicherheit was dagegen. Er verzog den Mundwinkel und deutete mit dem Daumen hinter sich. Wissen Sie, die sitzt gerade zu Hause und liest Bücher. Er rollte übertrieben mit den Augen. Seine Stimme war kratzig und rau. Ein ziemlicher Bücherwurm. Wenn sie erfährt, dass ich mit ihnen stehe und flirte, wird sie mich verfluchen. Das will ich nicht riskieren. Hermine klappte gespielt fassungslos die Kinnlade auf. Das denkst du also wirklich von mir, dass ich ein Bücherwurm bin? Hermine schubst ihn sanft vor die Brust. Draco tat, als würde er einen Schritt zurückgehen. Dabei sah er unfassbar attraktiv aus. Halten Sie bitte Abstand und versuchen Sie mich nicht zu verführen. Sonst werde ich womöglich schwach. Draco, hör auf, sonst glaube ich das noch, sagte Hermine leicht beleidigt und lachte kopfschüttelnd, woraufhin er sie anzwinkerte. Du weißt doch, dass du die einzige Frau für mich bist. Komm, Bücherwurm. Er lächelte Hermine an, sah sich kurz um und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. Dann lief er mit ihr an seiner Seite zum Maymores. Auf ihrem Mundwinkel erschien ein sanftes Lächeln. Sie saßen gemeinsam an eines der Holztische mit den Bordeaux-farbenen Schirmen und aßen ein traditionelles englisches Gericht, so wie kleine Dedikatessen, die im Schachbrett-Design serviert wurden. Hermine hatte sich mit dem Rücken zum Feld gesetzt, sodass ihr Blick zur Draco gerichtet war, denn die Sonne hatte sie zu stark geblendet. Die Sommersprossen hatten sich mit Sicherheit in dieser kurzen Zeit unter der Sonne auf ihrem Gesicht verstärkt. Er allerdings saß mit dem Gesicht zur Sonne und seine Augen funkelten um die Wette. Sie wirkten fast wie Kristall und Hermine beneidete ihn für seinen ebenmäßigen Ton. Dieses aristokratische Aussehen, das typisch für die Malfoys war, wirkte schon unnatürlich perfekt. Wenn sie es nicht besser wüsste, hätte sie geglaubt, ein Prinz säße vor ihr. Wie konnte Lucius so ein hübsches Kind machen? Hermine seufzt in sich hinein. Nun gut, Lucius Malfoy war nicht hässlich und Narcissa noch weniger. Sie waren genauso gut aussehend, aber Draco war ein absolutes Meisterwerk. Hermine beobachtete seinen markanten Kiefer beim Essen, wie es sich anspannte. Er ertappte sie dabei und blickte sie intensiv an. Hermine lächelte und schob sich ein bisschen in den Mund und sah sich schnell um. Es ist wunderschön hier. Weit und breit war in diesem Café nichts als meterhohe Weizenfelder, auf die die Sonne einen goldenen Schein legte. Der Außenbereich dieses Cafés bestand aus nicht mehr als zehn Stühlen, wobei das Innere des Cafés mit 20 Plätzen etwas größer war. Alles in allem war das ein wunderschöner Ort für eine Auszeit, heute waren Hermine und Draco die einzigen, die die untergehende Sonne genossen, sowie den Ausblick auf das riesige Weizenfeld. Die Stühle und Tische an sich waren aus massivem Holz, nichts Besonderes, doch dieser Ort bedeutete Hermine viel. Sie war in der Vergangenheit oft hergekommen, wenn sie einfach nur stundenlang in eines ihrer Bücher versinken wollte. Hermine dachte über Genies Worte nach. War Sex erst üblich, wenn man noch länger zusammen war? Warum wollte Draco sie so dringend heiraten, aber sie nicht intim berühren? Ob das eine Tradition seinerseits war? Aber Merlin, er war ein erwachsener Mann. Bei dem Gedanken, dass er eventuell schon intime Berührung mit anderen Frauen hatte, wurde Hermine schlecht. Woher diese plötzliche Gedanke kam, war ihr nicht bewusst. Sie kannte diese Art von Eifersucht nicht von sich. Du wirkst so nachdenklich, sagte Draco, als ihm auffiel, dass Hermine einige Minuten an ihrem Gemüse gestochert hatte. Sie blickte auf und lächelte. Ich denke oft nach. Er beobachtete Hermine intensiv, doch fragte nicht weiter nach. Sie spürte seine Blicke an sich, dann entschloss sie sich aufzustehen. Er hob abwartend seine Brauen und neigte seinen Kopf leicht zu ihr, als würde er darauf warten, dass Hermine etwas sagte. Ob sie ihn darauf ansprechen sollte? Ihr fiel es jedoch schwer, die richtigen Sätze zu finden. Sie konnte ihm doch nicht sagen, dass sie sich insgeheim mehr Zärtlichkeiten von ihm wünschte. Ich habe überlegt, der neuen Ausgabe von Mary Popkins eine Chance zu geben. Die Buchrezensionen in der Zeitschrift Bandwurmen fielen erstaunlich schlecht. Merlin, jetzt rede ich wieder über Bücher. Verzeihung, mir fällt gerade ein, dass ich meinen Schlüssel eventuell im Büro vergessen haben könnte. Hermine fing hektisch an, in ihrer Handtasche zu kramen. Draco hatte die Brauen verwirrt zusammengezogen, während er sie beobachtete. Sie presste die Lippen zusammen, als sie den Schlüssel fand. Oh, hier ist er schon. Er legte seine Gabel beiseite und beugte sich zu ihr. Dann sah er ihr in die Augen. Was ist wirklich los, Hermine? Ich... Vergiss es. Es ist nichts. Hermine blickte in den Himmel. Die Sonne war so gut wie untergegangen, der Himmel war getunkt in ein sanftes Sepiagold, die Wolken waren verdächtig nah am Horizont und sahen aus wie goldene Zuckerwatte. Hermines Blick haftete an der Silhouette der Bäume, die sanft hin und her wehten. Die Luft roch frisch nach Geld, nach Abendsonne, nach Frieden. Die Farbe des Horizonts erinnert mich an eines der Gemälde von Hogwarts im Schloss. Welches? Das Mädchen im toten Winkel. Sein Blick wanderte auf das Feld hinter Hermine, dann zum Himmel und wieder zurück zur Hermine, die ihr Kinn mit der Hand abgestützt hatte und verträumt in den Himmel blickte. Plötzlich schob er den Teller von sich. Er schien zu spüren, dass Hermine nicht die richtigen Worte fand, woraufhin er seinen Teller von sich schob und sich umwandte. Zu seinem Glück kam die nette junge Kellnerin gerade heraus, um zu fragen, ob alles okay sei. Die Rechnung bitte! Hermine löste sich von der Haltung und hatte sofort ihr Portemonnaie rausgenommen. Doch bevor sie irgendetwas sagen oder tun konnte, hatte Draco der Kellnerin das Geld sowie das Trinkgeld bereits auf das Tablett gestellt und war aufgestanden. Lass uns etwas spazieren gehen. Wiederwillig hatte Hermine ihr Geld wieder eingesteckt und lief mit ihm in die entgegengesetzte Richtung, an der sein Auto stand. Sie spazierten durch einen langen, wunderschönen Weg, an dem jeweils hintereinander stehende wunderschöne japanische Kirschblütenbäume in prächtigem Rosa strahlten. Doch in Hermine herrschte ein Unwetter. Ständig musste sie darin denken, dass er wusste, dass sie ihn liebte und dass er sie seitdem nicht erwidert hatte. Hinzu kam, dass er sie ständig einlud. Als wäre es die Entschädigung dafür. Er schien zu bemerken, dass sie ihre Stirn in Falten gelegt hatte. Denn plötzlich blieb er stehen und sah Hermine mit diesem einen intensiven Blick an. Sag mir, was los ist. Hermine war so verwirrt, dass sie selbst nicht wusste, was los war. Dann überlegte sie einen Moment, ob sie ansprechen solle, was wirklich los war, doch sie versuchte es auf einen indirekten Weg. Ich will nicht, dass du ständig für mich zahlst, Draco. Das ist mir unangenehm. Du lässt mich ja nicht einmal was dazulegen. Sie nahm ihr Portemonnaie, packte fünf Galleonen und versuchte sie ihm in die Hose zu stecken, als er blitzschnell reagierte und ihre beiden Hände festhielt. Das ist doch nicht dein Ernst, fragte er sie belustigt, während sie versuchte, sich aus seinem Griff zu befreien. Lass das, Granger, das ist unverschämt, wisperte er mahnend. Nimm es an, bitte, sonst zucke ich mir einen Zauberstab, widersprach Hermine. Was anfänglich harmlos anfing, eskalierte relativ schnell. Draco fühlte sich in seinem Ego gekränkt. Er sah wütend aus. Ich werde es nicht annehmen und ich will darüber nicht mehr diskutieren. Nie wieder. Ich hoffe, du hast es verstanden, sonst fluche ich die Galleonen in deine Tasche so weit hinein, dass sie nie wieder herauskommen. Vieh bitte? Hermine zückte ihren Zauberstab und hielt ihm diesen gegen die Brust. Er senkte seinen hellen Augen zu dem Zauberstab auf seiner Brust, dann zu der taffen Brunetten. Wegen den paar Sickeln. Willst du mich verfluchen, Goldmädchen? fragte er teils belustigt, teils überrascht. Hermine hob eine Braue. Es geht ja nicht um einige Sickel. Ich will nicht, dass du ständig für mich zahlst. Ich bin nicht auf dein Geld aus. Er wirkte mit einem Mal wütend, doch blieb ruhig. Wenn du denkst, dass das irgendwelche absurden Gedanken von mir sind, Hermine, dann enttäuschst du mich. Hermine spürte, dass das wohl ein Wunderpunkt von ihm war. Trotz allem ließ sie den Zauberstab nicht sinken. Sie blickte ihn nur in seine Augen. Er hatte seine Augenbrauen zusammengezogen und wirkte plötzlich kühl. Ein für allemal, Hermine. Wenn du mit mir zusammen bist, dann gibt es kein dein Geld, mein Geld. Du bringst dich in Verlegenheit, wenn du dein Portemonnaie zückst. Stell dir vor, eine Klatschreporterin ist in der Nähe und schießt heimlich Fotos, wie du mir einen ausgibst. Und das hat nichts mit Emanzipation zu tun. Es ist die alte Schule, die vorgibt, dass in unserer Gesellschaft der Mann die Rechnung zahlt. Findest du das nicht etwas dramatisch von dir, Draco? Es gibt bei Merlin einige spannenderen Dinge für die Hexenwoche als fünf Galleonen, erwidert Hermine belustigt. Plötzlich wurde er rauer. Er sah sich um, dann wieder zu ihr. Hermine, ich leite ein Millionenunternehmen. Ist dir das nicht bewusst? Unsere Gesellschaft würde mich demütigen, wenn das irgendwo in einer Zeitschrift erscheint. Unsere Gesellschaft? Du meinst wohl deine Gesellschaft? In meiner ist das normal. Hermine blickte ihm uneingeschränkt in die Augen und er erwiderte den Blick. Sink den Zauberstab, verlangte er rau. Doch sie tat es nicht. Stattdessen antwortete sie ihm ruhig. Ich verstehe deinen Ansatz, aber du musst mich auch verstehen. Ich fühle mich dabei nicht wohl, wenn du ständig etwas für mich machst. Ich habe das Gefühl, dir alles zurückgeben zu müssen und ich weiß nicht wie, weil du mich ständig übertrumpfst. Er hob arrogant eine Braue. Bitte? Wovon redest du? Hermine starrte ihn an. Du weißt genau, wovon ich rede. Ich glaube eher, du stehst deinem eigenen Glück im Wege. Jetzt platzte ihr der Kragen. Sie gestikulierte wild um ihn und schnaubte. Meinen Glück im Weg stehen? Es kommt mir so vor, als würde Draco Malfoy aus der Schulzeit mit einer neuen Maske vor mir stehen. Der perfekte Draco Malfoy und die perfekte Familie Malfoy, die das Schlammblut als Schwiegertochter anerkennen. Als wäre dir bloß neu programmiert worden. Der Blonde riss seine Augen auf. Das Strahlen in den kristallfarbenen Augen war plötzlich verschwunden. Er schien fassungslos und Hermine bereute es, dass sie sich hineingesteigert hatte. Zitternd löste sich ihre Zunge weiter, als hätte sie Veritaserum getrunken, doch sie war so verzweifelt, dass sie weiter diskutierte. Mir fehlen echte Gefühle, Draco. Jetzt gerade kommt mir das Ganze vor wie Schadensbegrenzung. Schadensbegrenzung? wisperte er wütend. Seine Augen funkelten. So wütend hat Hermine ihn lange nicht mehr erlebt. Hermine, wenn du der Meinung bist, dass wir uns nicht genug Gefühle zeigen, dann denk darüber nach, ob es eine andere Art und Weise gibt, als mir Geld in die Tasche zu stecken. Hermine spürte, wie ihr Herz einen Sprung machte. Sie blickte im Wüten in die Augen. Ach ja? Wir uns Gefühle zeigen? Von welchen Gefühlen sprichst du? Meinst du den Ball, wo du dir meine Gefühle im Hinterhalt erschlichen hast? Er richtete sich überrascht auf. Bitte? Hermine zitterte. Genau so, wie ich es gesagt habe. Du hast dich der Welt nicht einmal offenbart, als du mich zum Tanzen aufgefordert hast. Du warst nicht du. Du warst jemand anderes. Und als jemand anderes hast du mich gefragt, was ich für dich fühle. Er schattete sie fassungslos an. Hermine sah ihn weiterhin wütend an. Sie konnte ihr Temperament nicht mehr stillen. Du hättest mir auch sagen können, was du für mich fühlst. Ich brauche keine Geschenke, keine teuren Restaurants oder Theateraufführungen. Das ist keine Art, jemanden seine Gefühle auszudrücken. Ich habe das Gefühl, dass ich in einem leeren Raum stehe, selbst wenn ich mit dir an dem schönsten Ort der Welt bin. Er blickte Hermine uneingeschränkt in die Augen, während sie zu ihm hinaufblickte. Sie war noch nicht fertig. Du willst mich heiraten, sagst du? Wieso spüre ich davon nichts? Im Moment fühle ich mich, als wären wir zwei Teenager und nicht zwei Menschen, die heiraten und ein gemeinsames Leben aufbauen wollen. Im Moment bestimmst nur du über alles. Vor allem über meine Gefühle. Diese Rechnung heute war nur der Tropfen auf dem heißen Stein. Draco richtete sich fassungslos auf und starrte sie an. Hermines Stimme wurde brüchig. Sie sah ihn traurig an. Vielleicht weißt du nicht, wie man Gefühle richtig ausdrücken kann. Außer mit finanziellem oder Spielchen. Du hast es vielleicht nie gelernt. Vielleicht hast du ja auch wirklich Gefühle für mich. Aber in einer Beziehung gibt es keine Rätsel oder Geheimnisse, Draco. Geheimnisse? fragte er stirnrunzelnd. Was für Geheimnisse? Hermine presste die Lippen zusammen. Sein Blick war auf ihren Zauberstab gerichtet. Senkt den Zauberstab, Hermine. Hermine blieb stur. Erst wenn du mir eine Frage beantwortest. Er rollte mit den Augen. Salazar, das ist doch alles jetzt nicht. Es ist mein Ernst. Er verschränkte mit einem leicht süffisanten Lächeln die Arme, als würde er auf ihre Fragen antworten. Es brodelte in ihm. Hermine kannte es ihnen zu gut. Dann bitte, Miss Granger. Ich glaube nicht, dass es ein Geheimnis gibt, das es für dich nicht zu beantworten gilt, flüsterte er leise. Hermine sah ihn mit einem spielerisch kampflustigen Blick an. Wofür ist das maragdgrüne Ring, den du ständig an deinem Finger trägst? Ich habe recherchiert und nichts darüber gefunden. Es gehört nicht zu der Reinblüterkultur, noch gibt es den irgendwo zu kaufen. Und in dem Buch Magische Gegenstände und ihre Bedeutungen stand auch nichts. In deinem Regal war ein Buch, allerdings war dieser Gegenstand nicht aufgelistet, also gehe ich davon aus, dass es schwarzmagisch ist. Er blickte ihn unter zu seinem Ring, als hätte er mit so einer Frage nicht gerechnet. Dann hob er wieder seinen Blick zu ihr. Das erkläre ich dir ein anderes Mal. Hermine schnaubte belustigt. Das war ja klar. Ich werde es dir noch erklären, nicht hier. Hermine starrte ihn wütend an. Was? Das? fragte er mit rauer Stimme, ohne den Blick von ihr zu wenden. Er hob seine Brauen. Nein! Zeig mir deinen Arm! Plötzlich blickte er ertappt zu seinem Arm. Es war, als hätte Hermine sein größtes Geheimnis erraten. Er schien nachzudenken und seine Fassade bröckelte langsam. Und? fragte Hermine mit zitternder Stimme, doch bemühte sich selbstbewusst zu bleiben. Er hob langsam seinen Blick zu ihr und sah sie intensiv an. Wieso glaubst du, dass dort etwas ist? Weil du deinen Ärmel nie hochkrempelst, wenn du mich siehst. Und da ist was! Du verheimlichst mir etwas! Und wenn du mir jetzt nicht freiwillig zeigst, was du verheimlichst, dann werde ich Immobilios an dir anwenden. Das erkläre ich dir auch noch. Hermine hatte das Gefühl, als würde ihr Brust platzen. Nein, Draco! Verstehst du es? Ich will keine weiteren verschobenen Erklärungen. Ich will antworten! Er sah tief in die Augen. Du wirst es noch früh genug erfahren. Großartig! Genau das meine ich! Hermine schnaubte und schüttelte fassungslos den Kopf. Sie senkte den Zauberstab. Weißt du was? Du brauchst mir gar nichts mehr zu erklären. Lass es einfach sein! Sie wandte sich zum Gehen um. Du willst jetzt wirklich gehen? Hermine ignorierte ihn und lief einfach weiter. Ist das deine Art, Dinge zu klären, Hermine? Wieder weglaufen, statt mir zu vertrauen? Hermine wandte sich schwungvoll um und lief zurück zu ihm. Wie soll man etwas mit dir klären können, wenn du alles unter Verschluss hältst? Normale Menschen setzen sich an einen Tisch, diskutieren, werfen sich vielleicht Dinge an den Kopf. Aber sie reden, Draco! Draco schien nicht wirklich die richtigen Worte zu finden. Er senkte seinen Blick auf einen unbestimmten Fleck. Hermines Augen fingen an zu tränen. Draco, weißt du, wann der schönste Tag war, den ich jemals mit dir zusammen verbracht habe? Er schwieg und hob seine hellen Augen zu der kleinen Brünettin, die ihn aus zwei klugen Augen anblickte. Es war die Nacht, in der Krumpein gestorben ist. Du warst für mich da, Draco. Das habe ich dir nie vergessen. Nicht irgendwelche Geschenke. Kein geheimer Tanz mit einem Biest, der mir hinterhältig meine Gefühle entlockt hat. Keinen tollen Job, den jemand anderes für mich räumen musste und meinetwegen unglücklich ist. Ich brauche dich, Draco. Nur dich. Stille. Du verdienst das Beste. Deswegen habe ich all das getan, flüsterte er nach einer Ewigkeit. Nein, Draco. Ich bin nichts Besseres als andere. Ich will nur von dir geliebt werden. Nur geliebt. Im Moment fühle ich mich, als wäre ich von dir gekauft worden. So machtvoll Draco auch vorher rüberkam, so fühlte sich Hermine, als würde nun der kleine verletzliche Junge vor ihr stehen, der einfach nie gelernt hatte, wie man wirklich liebte. Und verdammt nochmal, es fühlte sich so gut an, die Wahrheit ausgesprochen zu haben. Er schwieg und sah sie nur an. Der erwachsene Mann war sprachlos. Hermine senkte den Blick. Ich weiß, ich trage auch Schuld. Ich habe dir in der Vergangenheit keine echte Chance gegeben. Und das tut mir leid. Ich, Hermine rang um die richtigen Worte. Ich war einfach unsicher, ob du es ernst mit mir meinst. Aber es sind die kleinen Dinge, die mich glücklich machen, Draco. Nicht die großen. Liebe kann man nicht kaufen. Er hob seinen Blick zu Hermine. Du hast recht. Es tut mir leid. Komm, lass uns gehen. Ich fahr dich nach Hause. Er nahm sein Handy hinaus und tippte etwas darin rum. Okay, jetzt war er gekränkt. Für einen Moment war Hermine in sich zusammengesagt. Es war erschreckend, nicht zu wissen, wie es weiterging. Ob er diese Worte so persönlich nahm, dass er sie nicht mehr sehen wollte? Aber sein Blick verriet ihr, dass er tief im Inneren verstand, worum es ihr ging. Hermines Augen fingen an zu tränen. Spätestens jetzt hätte sie sich gewünscht, dass er ihr sagen würde, was er wirklich fühlte. Und zwar wirklich fühlte. Sie wollte nicht hören, dass sie hübsch war, klug war, liebenswürdig war und tausend andere Eigenschaften. Draco, ich, ich wollte dich damit nicht kränken, flüsterte Hermine und senkte den Blick ebenfalls. Er steckte sein Handy wieder in die Hosentasche. Nein, alles gut. Ich bin ihr trotzdem dankbar, sie biegte ihn schwermütig an. In seinem Blick lag etwas Liebevolles. Mir ist bewusst, was du dir wünschst, auch wenn ich es dir im Moment nicht geben kann. Gib mir Zeit. Hermine nickte und wischte sich die Tränen sofort aus den Augenwinkeln. Eine wichtige Erkenntnis lernte Hermine an diesem Tag. Draco Malfoy konnte lieben. Ja, er konnte es. Aber er wusste nicht, wie. Hermine lag niedergeschlagen in ihrem Bett und dachte über den Tag nach. Sie schloss ihre Augen und fühlte warme Tränen in ihren Augenwinkeln. Nachdem Draco sie schweigend nach Hause gefahren hatte, weil sie es sich gewünscht hatte, verabschiedeten sie sich an ihrer Türe mit einer Umarmung. Dann hatte er sie auf die Stirn geküsst. Gute Nacht, hat er geflüstert und hatte noch gewartet, ehe Hermine die Tür hineingeschlüpft war. Nachdem Hermine hineingelaufen war, die Tür zugeschlossen hatte und zum Fenster gelaufen war, um ihn zu beobachten, wirkte er plötzlich nicht mehr stark und lässig wie sonst. Nein, er wirkte nicht mehr glücklich seit der Aussprache. Eher gestresst und auf den Schlips getreten. Vielleicht auch schwermütig. Er hatte auch nicht mehr lächelnd zu ihrer Wohnung geblickt wie sonst, sondern war sofort losgeflogen und in die tiefe Nacht verschwunden. Hermines schlechtes Gewissen hatte sie innerlich zerfressen. Wie konnte etwas, das einige Stunden und Tage vorher so perfekt angefangen hatte, plötzlich so scheiße sein? Waren es die ersten drei verfluchten Monate einer Beziehung? Hermine fühlte sich so alleine, brauchte jemanden zum Reden. Allerdings wollte sie auch mit niemandem reden. Am liebsten hätte sie Draco angerufen, doch das war mit Sicherheit keine gute Idee, nach allem, was sie zu ihm gesagt hatte. Er brauchte vielleicht ebenfalls seine Zeit zu verdauen, was sie eben zu ihm gesagt hatte. Und je mehr sie darüber nachdachte, desto schlechter fühlte Hermine sich. Das Gefühl, vielleicht ausgenutzt zu werden und das kleine Mogelprojekt der Familie Malfoy zu sein, die das alles nur für Publicity taten, hatte sich so versteckt in ihr Inneres geschlichen, dass es sie daran hinderte, glücklich zu sein und Dracos Liebe ebenso hinzunehmen, wie er sie ihr servierte. Pötzlich klingelte ihr Handy und Hermine sprang auf. Ob das Draco war, der sich seit Stunden nicht gemeldet hatte? Zitternd blickte sie auf den Bildschirm und seufzte enttäuscht. Es war Harry. Hermine nahm ab. Hey, Harry! Hey, Hermine! Ich hab von Ginny gehört, was gestern alles passiert war. Hermines Herz machte einen Sprung. Was meinst du? Na, das mit Ron! Ach so! Ja, dumm gelaufen! Harry schwieg einen Moment an der Leitung. Ist irgendwas, Hermine? Du hörst dich so seltsam an. Hermine spürte, wie ihr Hals anfing zu kratzen und ihre Augen automatisch anfingen zu tränen. Sie blickte empor und versuchte nicht zu blinzeln. Hermine? Hermine wischte sich schnell über die Augen. Alles ist gut, Harry. Ich hatte nur einen anstrengenden Tag. Plötzlich raschelte es. Hermine, ist irgendetwas mit Malfoy? Habt ihr euch gestritten? Hermine nahm einen tiefen Luftzug und räusperte sich. Ich... Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich... Es raschelte erneut. Harry sprach wieder auf sie ein, seltsamerweise etwas monoton und hölzern. Hermine, ich bin dein bester Freund. Du weißt, dass du mir alles erzählen kannst. Er hatte recht. Er war seit eh und je ihr bester Freund. Sie konnte Harry vertrauen. Hermine fing brüchig an zu erzählen. Harry, ist es normal, dass man an einem Menschen zweifelt, auch wenn seine Taten dir was anderes sagen? Harry schwieg. Dann raschelte es erneut an der Leitung. Was ist denn passiert? Hermine runzelte die Stirn. Warum sprichst du so komisch? Ich... Ich höre dir nur zu und warte darauf, dass du erzählst. Hermine seufzte. Harry, du bist doch ein Mann. Wenn du neben der Frau, die du angeblich liebst, im Bett liegst und du sie heiraten willst. Würdest du sie trotzdem nicht, du weißt schon, anfassen, obwohl du sie seit Jahren willst? Stille an der Leitung. Dann raschelte es. Ihr habt nicht miteinander geschlafen? fragte Harry wieder monoton. Nein, haben wir nicht. Was ist denn passiert? Hermine rollte mit den Augen. Das habe ich doch gerade erzählt. Verzeihung, ich bin nur etwas... Nun ja, irritiert. Ja, ich ja auch. Hermine warf sich auf das Bett. Harry, ich bin so verwirrt. Naja, wie auch immer. Ich melde mich morgen bei dir. Ich muss etwas runterkommen. Mir brummt der Kopf von der Arbeit heute. Na gut, wenn was ist, dann ruf mich an. Hermine seufzte. Danke, Harry. Gute Nacht. Die Brünette legte auf und starrte gegen die Decke. Ginny, beschwerte sich Harry. Du kannst doch nicht zweimal denselben Zettel hochhalten. Es ist misstrau... Sie ist misstrauisch geworden. Ja, meine Güte. Es war nur ein Versehen. Ginny packte die beschriftete Zettel weg, auf denen stand, was Harry Hermine am Telefon sagen sollte und blickte nachdenklich in die Luft. Hm. Mayfall will mit Hermine also nicht schlafen. Meinst du wirklich, wir sollten uns einmischen? fragte Harry und rückte seine Brille beschämt weg. Das ist Hermines Privatsphäre. Ginny blickt ihren Freund wütend an. Ja? Sie ist meine beste Freundin und ich, dumme Kuh, habe ihr mein ach so tolles Sexleben vorgetäuscht, damit sie mir von ihrem erzählt. Und was ist? Der blonde, reiche, attraktive Arsch hat meine beste Freundin nicht gebumst. Du bist so vulgär, Ginny, grinste Harry in Richtung der Rothaarigen, die im Kreis auf und ab ging und nachdachte. Sie blieb abrupt stehen und hob einen Zeigefinger. Ich finde, wir sollten Mayfall beschatten, Harry stand entsetzt vom Sofa auf. Ihn beschatten? Und dann? Ginny lief wieder nachdenklich auf und ab. Ja, ich will schatten, rausfinden, wieso er mit Hermine nicht schlafen will. Vielleicht ist er schwul. Oder will eine Ex-Freunde nur eifersüchtig machen. Oder bekommt kein Hoch. Oder die Malfoys nutzen Hermine nur aus, damit sie wieder gut dastehen in der Gesellschaft. Mann, keine Ahnung. Harry zog eine Gemasse. Malfoy ist nicht schwul. Dafür ist er zu dominant. Ginny lachte hohl. Die Dominanten sind die besten, Harry. Vielleicht will er Hermine einfach Zeit lassen und sie nicht überrumpeln. Hermine machte nicht gerade den Eindruck, als wenn sie nun... Ja. Harry lief rot an. Ginny verschränkte die Arme. Sie macht nicht den Eindruck, als wenn sie unten überläuft. Du hast recht. Harry rollte mit den Augen. Ginny konnte es zumindest nicht direkt sein. Die Rothaarige blieb erneut stehen und streckte seinen Zeigefinger raus. Ich habe entschieden, wir werden Malfoy beschatten. Heute Abend, wenn du zurück bist. Harry? Hallo? Harry schüttelte den Kopf und scharrte seine Freundin an. Moment mal, hast du Malfoy gerade attraktiv genannt? Ginny weitete ertappt ihre Augen. Ich... Die Rothaarige presste die Lippen zusammen und deutete Richtung WC. Ich muss ganz dringend aufs Klo. Bis gleich, ich liebe dich. Die Rothaarige rannte aufs WC und Harry sah seiner Freundin ungläubig hinterher. Sie findet Malfoy attraktiv? fragte er verwundert vor sich hin, stand auf und blieb vor dem Wandspiegel stehen. Er nahm seine Brille ab und fuhr sich lässig durch das pechschwarze, viel zu lange Haar, das dringend wieder einen Schnitt benötigte. Dann probierte er einige vermeintlich coole Posen aus, die total lächerlich aussahen. Als ihm einfiel, dass er ohne seine Brille so gut wie blind war, seufzte er und zog die Brille wieder an. Dann zog er mit den Schultern. Hm, was soll's. Immerhin bin ich der Junge, der überlebt hat. Er setzte sich wieder hin und fuhr sich durch seine leichten Stoppeln. Hm, vielleicht sollten sie Malfoy wirklich beschatten, um sicher zu gehen.